Oshka-Paar Süßestes Oshka-Paar, Millie und Lian zeigen sich superschick Diese beiden waren der absolute Hingucker. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden wieder die begehrten Oshkas verliehen. Neben den beliebtesten Filmen stehen vor allem auch die Auftritte zahlreicher Showgrößen auf den Red Carpes im Mittelpunkt. 2. Die zweifelsohne alle Blicke auf sich zogen, waren wohl Millie Kyros, 25, und Liam Hemsworth, 28, das Traumpaar zeigte sich superschick und superverliebt den Fotografen. Wo, sehen die gut aus? Auch wenn nun gar nicht bei der Veranstaltung selbst im Publikum saßen, sorgten sie für echten Glamfaktor. Statt das Megafilm-Event live zu verfolgen, besuchte das Traumpaar lieber direkt zwei Partys. Auf Elton Jons, 70, Its Foundation's Academy Awards Wie Wing Party in Hollywood zeigte sich klassisch im schwarzen Anzug mit Fliege, während auf ein Mermaid Glitzerkleid setzte. Auf der Vanity Fair Party wurde es bei der Wrecking Ball-Interpretin sogar noch ein wenig eleganter, mit einem goldschwarzen langen Kleid mit Beinschlitz und roten Lippen wirkte wie eine richtige Hollywood-Lady. Superpie posierte das Duo für die Fotografen und ließ keinen Zweifel daran, diese Turteltauben sind verliebt wie eh und je. Ende 2015 fanden Liam und Millie nach zweijähriger Beziehungspause zueinander zurück. Seitdem lassen sie keine Gelegenheit aus, ihre Liebe der Welt zu zeigen. Seitdem der Welt zu sehen.